Es kann nur N9 sein, es kann, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich habe mir gedacht, vielleicht wird er das versuchen. Peter Cech, habt ihr gesehen, wie er sich geworfen hat? Das war herrlich. Gott. Das ist Hakimi, 99 Antritt, just saying. Geiles Tor. Einmal klippen, danke. Placebo. Du bist so ein... Veränder! Nein, Kinn! Nein, Kinn! Nein, Kinn! Roll it! Roll it! Es ist Roll it, Leute! Leute! Das ist zu krank! Wir werden 100% verlieren, weil es zehnmal bessere Spieler sind. Schrott! Keinen Fluchen hat Hampelmann eingelöst. Gut, dass ich das jetzt erzähle. Das fand ich so schlau. Ich glaube, jetzt ist nur ein Monitor kaputt. Ich bin nass, Alter. Wie so ein dummes Kind, was sich eingeschissen hat. Geiles. Guckt euch das an, die Flasche. Die war voll. Die war voll. Guckt euch das an. Seht ihr das Loch? Aua, ich habe mich geschnitten. Guck mal, die ist einfach aufgeplatzt unten. Seht ihr das Ding? Die ist aufgeplatzt Richtung Monitor. Ich habe die so genommen. Boah, jetzt habe ich nochmal nass gemacht. Lieber verliere ich 500 Euro anstatt mein gesamtes Setup hier. Abgesendet. Scheiß drauf. FIFA ist für mich beendet. Ich spiele nie wieder FIFA, Jungs. Das war's. Also, es ist wirklich so eine Schmutzkarte. Ja, Süle. Man muss nicht... Ja. Oh mein Gott, was ist das denn? Wiener! 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 Ja! Ja! Komm, Junge! Ja! Komm! Die ist Onana, weil jetzt braucht man den ja thematischen. Ach! Mordi! Oh mein Gott! Onana! Ja! Junge! Onana, Mordi! Hat Onana nicht die gleiche? Onana! Oh nein! Der kommt doch von der gleichen Nation, oder nicht? Nee. Oh nein! Ja! Ja! Ich bin... Hä? What? Eigentlich darf man sowas sagen, sonst... Rrrr! Abfahrt ihr... Ja! Denio! 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 Pep Guardiola hat angerufen. Guck mal, wie Mbappé den Ball annimmt. Der ist so schlecht, ich sag's euch. Der macht nix bei mir. Hat der heute schon ein... Hat der überhaupt schon ein Tor gemacht? Ich... Ich... Ganz ehrlich, Alter. Ich spiel den jetzt linken Verteidiger. Der Cancelo kommt jetzt da vorne rein. Ist mir völlig egal. Der wird mehr Tore machen als der Mbappé. Glaubt mir! Ist das der günstigste? Scheiße, ich will nicht gescammt werden. Ja. Sitze ich jetzt im Rollstuhl. Ja, perfekt. Och, nö, Digga. Was ist denn das für ein Overlay? Ich komm da nicht mehr raus. Ich komm nicht mehr... Ich drück Kreis und ich komm da nicht mehr raus. Was ist das? Ich hab das noch nie gesehen. Wir sitzen fest in der Matrix, wirklich. Ich kann nichts machen. Ach nee, wirklich. Ja, nimm du Penis. Oh, Alter. Nein! Nein! Oh mein Gott, das kann nicht sein. Halt's Maul. Halt's Maul. Bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Schüle, du bist 7,30 Meter groß! Zum Beispiel im Chat so. Das ist halt völlig egal. Es kann halt jeder hier reinschreiben. Egal ob jung, alt, dick, dünn oder reich oder arm oder wie auch immer. Es werden halt alle gleich beleidigt. Äh, gleich, gleich beleidigt. Gleich. Oh mein Gott, wie schlimm hab ich dir grade versprochen. Bitte nicht. Bruder, erklär mir bitte, wie geht dieser Ball rein? Ich bin echt gut vorgekommen, aber ich finde ich wurde ein bisschen gerinkt. Ich bin echt gut kettig, ich bin echt gut. Jenga, du willst mir erzählen, er trifft rotes Time Finish aus 25 Metern mit seinem schwachen Fuß und er geht trotzdem rein. Ich kann das bald nicht mehr. Ich kann das bald nicht mehr. Nein, Kante! Er hat einen Krampf! Bruder, das habe ich dieses FIFA noch nicht gesehen. Ey, das ist so eine Verarsche! Kante hat einen Krampf, Digga! Alter, 86 plus Upgrade jetzt für den Sommer, Alter, Titi. Ich klicke jetzt hier einen M-Up und dann nochmal hin. Ich habe noch die Kamera oben. Es geht. Die habe ich auch noch. Ey, das sehen die keinen, das sehen nichts. Ja, ja, ja. Man kann nicht schlechter sein als Mondi, auf gar keinen Fall. Das geht gar nicht. Guck mal, was... Guck mal, ich weiß erstmal den Pass, so. Dann drehe ich mich fünfmal um den. Und, ja, dann... Mondi hat mal wieder keinen Bock. Einfach mal so ein bisschen hinlegen, so am Strand ein bisschen liegen. Digga, ich schwöre, dieser Mondi ist der schlechteste Torwart. Ja, Mann. Ab und sag's nicht. Stevie G, die Legende, wurde er. Geschrieben wie ein Mädchen. Ah, Barbie, ich habe ihn. You're my Barbie girl. In the Barbie world. It's fantastic. I'm aus plastic. You can brush my hair. Da, 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 da.